Die Tesla-Aktie hat stark korrigiert und da werden viele Tesla-Fans sagen, das ist jetzt wieder eine gute Kaufchance. Man kann sich aber auch fragen, geht es hier vielleicht gerade nicht nur um fallende Gewinne, sondern hat Tesla vielleicht langsam auch ein Problem mit Elon Musk? Wird der vielleicht doch langsam ein bisschen merkwürdig? Driftet der vielleicht doch gerade ein bisschen zu sehr ab? Und vor allem interessieren ihn seine Aktionäre noch? Zieht er mit denen noch am gleichen Strang? Haben sie auch eine unglückliche Kindheit gehabt? Man kann machen, was man will. Irgendwann holt einen das wieder ein, sagt man zumindest. Und wer anscheinend auch eine unglückliche Kindheit gehabt hat, das ist eben Elon Musk. Hier haben wir ihn in jungen Jahren. Er ist aufgewachsen in Südafrika, in Pretoria. Finanziell ist es der Familie anscheinend nicht schlecht gegangen, aber er hat wohl nie Freunde gehabt. Er ist in der Schule öfter hart verprügelt worden. Und sein Vater, der hat ihm dann noch vorgeworfen, dass er ein Loser ist, weil er sich hat verprügeln lassen. Und der gleiche Vater, der hat dann ja später auch mit der eigenen Stieftochter noch zwei Kinder gezeugt. Eine klassische unglückliche Nerd-Kindheit erinnert ein bisschen an Young Sheldon, nur leider nicht lustig. Aber es hat sich gelohnt für die Menschheit. Schauen Sie sich ihn an und dann schauen Sie sich mal Ihre eigenen verzogenen Kinder an. Werden die auch mal Multimilliardäre? Werden die auch mal einfach so den globalen Autosektor aufrollen? Bringen die auch irgendwann mal Menschen zum Maß? Wohl eher nicht, da haben sie es. Aber Scherz beiseite, ihre Kinder sind natürlich auch toll. Genie und Wahnsinn liegen ja anscheinend nah beieinander. Elon Musk hat unglaublich viel erreicht. Er hat mit Tesla weltweit das Elektroauto durchgedrückt. Er hat weltweit die gesamte Autoindustrie deklassiert, damit ja auch keiner hätte das alles für möglich gehalten. Und nebenbei macht er dann ja auch noch so Kleinigkeiten wie SpaceX, eine Revolution in der Raumfahrt. Oder die Hyperloop-Hochgeschwindigkeitszüge. Und Twitter natürlich auch. Oder Paypal, da war er ja auch einer von den Gründern. Damit ist er ja dann auch eigentlich erst reich geworden. Wer das alles geschafft hat und schaffen will, der kann nicht auch noch der nette Traumschwiegersohn sein. So einer kann eben nicht ganz normal sein. Und das ist er auch nicht, das weiß man ja auch. Die Frage ist nur, wird das nicht doch langsam ein Problem? Ich habe zu Tesla mein letztes Video hier gemacht im September. Aber damals ist es gegangen um irrwitzig hohe Kursziele, die da ein paar Analysten ausgerufen haben seinerzeit. Und ich habe die Gründe dafür geschildert. Ich habe aber auch zu Bedenken gegeben, dass die Bewertung einfach schon unglaublich hoch war. Tesla war da zehnmal so hoch bewertet wie Mercedes, zwölfmal so hoch wie BMW und 13mal so hoch wie Volkswagen. Und das bei einem viel niedrigeren Gewinn. Und meine Aussage war, ja, Tesla ist spannend, aber die müssen eben auch in Zukunft alles viel, viel besser machen als bisher. Sonst wird es irgendwann schwierig. Und den Eindruck haben die Anleger aber zur Zeit nicht, dass Tesla jetzt da wahnsinnig viel besser dasteht als die anderen. Die Aktie ist abgerutscht seitdem um 33 Prozent gegen den Markt. Hier ist da ein Jahreschart von TradingView und nur letzte Woche am Donnerstag, da sind sie ja nochmal um 12 Prozent abgerutscht nach den Zahlen. Und damit ist sie jetzt technisch auch angeschlagen. Und hier noch der Fünfjahreschart. Sie hat sich nämlich von ihrem Allzeithoch 2021 inzwischen auch schon mehr als halbiert. Und das tut dann schon weh. Die Zahlen haben jetzt enttäuscht. Und das ist jetzt auch nicht nur die Schuld von Elon Musk. Das Problem ist, dass wir einen Preiskrieg haben im Elektroautosektor. Nur Tesla hat diesen Preiskrieg eben auch angefangen. Und der Absatz von Tesla, der ist zwar im vierten Quartal jetzt nochmal gestiegen um 20 Prozent, aber der Umsatz nur noch um 3 Prozent, weil man ja die Preise gesenkt hat. Und die Bruttomarsch ist gefallen von 23,8 Prozent auf 17,6 Prozent. Und der Gewinn ohne Sondereffekte ist um 39 Prozent gefallen. Mehr Autos verkauft, aber viel weniger Geld damit verdient. Das ist natürlich nicht gut. Und außerdem hat Tesla gewarnt, dass im laufenden Jahr jetzt aber auch noch das Absatzwachstum zurückgehen wird. Und Elon Musk hat außerdem gesagt, man wird mit den Konkurrenten aus China nicht mehr fertig. Die werden die anderen Autohersteller in der Welt sehr wahrscheinlich zerstören, wenn man jetzt nicht hohe Einfuhrzölle einführt. Vor ein paar Jahren hat er sich zum Beispiel über BYD noch köstlich amüsiert. Aber letztes Jahr ist BYD an Tesla eben vorbeigezogen. Und jetzt ist BYD der größte Elektroautobauer. Und China ist jetzt auch der größte Autoexporteur vor Deutschland und vor Japan. Für mich ist das ein guter Grund, sich nochmal die Aktien von den chinesischen Elektroautobauern anzuschauen. Und das mache ich eben auch für Sie in der nächsten Hauspost. Wen gibt es da in China und wie stehen die gerade da im Vergleich? Und verstehen Sie mich da nicht falsch? Natürlich die chinesischen Autokonzerne, die leiden jetzt auch unter dem Preiskrieg. Die Aktien von denen gehen gerade auch ziemlich runter. Aber es sind eben die neuen Herausforderer. Und viele Anleger haben sich bis jetzt ja auch geärgert, weil die Aktien von denen relativ teuer waren. Jetzt kriegt man sie wieder billiger. Jetzt braucht man nur noch die richtigen. Die Hauspost von mir, die kommt wahrscheinlich Ende dieser Woche. Und sie ist gratis, wie immer. Sie kriegen sie auf www.heinrichs-hauspost.de Gut, Tesla steht also nicht so wahnsinnig gut da im Moment. Und es kann ja noch ein Problem geben, wenn nämlich zum Beispiel Donald Trump nächstes Jahr Präsident wird wieder in den USA. Donald Trump mag keine Elektroautos und streicht dann vielleicht auch die Förderung da. Allerdings, Donald Trump mag Elon Musk. Und dadurch, dass der ja Twitter übernommen hat, dadurch kann Donald Trump jetzt ja auch wieder twittern. Vielleicht war das ja sogar der eigentliche Grund für diesen Twitter-Kauf. Wenn ja, dann war es ein sehr kluger Schachzug, aber natürlich nicht ganz billig. Aber er ist ein freier Mensch in einem freien Land. Jeder kann mit seinem Geld ja machen, was er will. Es sei denn, der Staat hätte dieses Geld gern. Was er unter Donald Trump sehr wahrscheinlich bekommt, das sind Einfuhrzölle auf ausländische Autoimporte. Aber auch das ist natürlich zweischneidig, weil 40% von der Tesla-Produktionskapazität sind zurzeit in China. Ja, die Analysten, die nehmen Elon Musk diesen Preiskrieg gerade persönlich übel. Und nicht nur das, ein Analyst von Wettbusch, und der ist ja eigentlich ein Tesla-Fan, der hat geschrieben, die Bilanzpressekonferenz jetzt, das sei eben auch wieder ein Fiasko gewesen. Kein Wort dazu, wie es mit den Preissenkungen weitergehen soll oder wie es mit den Margen jetzt weitergehen soll. Erstmal nur wieder lauter Wischiwaschi. Das seien einfach keine erwachsenen Leute bei Tesla. Da peilen jetzt natürlich wieder Kulturen aufeinander. Elon Musk ist jemand, dem kurzfristig wahrscheinlich die Gewinnmargen ziemlich egal sind. Den Analysten, denen sind die inzwischen jetzt aber nicht mehr egal. Die wollen jetzt endlich ihr hoch profitables Unternehmen haben, das auch immer noch ein starkes Gewinnwachstum haben soll. Und das ist aber nicht das einzige Problem. Sondern es stellen sich, wie gesagt, eben viele auch die Frage, ob Elon Musk nicht doch langsam ein bisschen abdriftet. Entschuldigung, jetzt klingelt es gerade, das muss aber warten. Ein bisschen komisch war Elon Musk schon immer. Er sagt komische Sachen, er hat sich aber auch schon so Dinge geleistet wie 2018, als er einfach so mal getwittert hat, ich denke drüber nach, Tesla vom Markt zu nehmen. Für 420 Dollar die Aktie. Finanzierung ist gesichert. Jeder andere CEO, der wäre dafür in der Luft zerrissen worden. Er ist aber davongekommen mit einer Geldstrafe von 20 Millionen Dollar. Und er ist ja auch sonst oft verhaltensauffällig. Er brüllt seinen Mitarbeiter an. Er schmeißt sie von einer Sekunde auf die andere raus und rennt ihnen dann noch auf den Parkplatz hinterher und beschimpft sie dann weiter, nachdem er sie schon rausgeschmissen hat. Und er erwartet ja auch von jedem, dass er sich absolut aufopfert für Tesla. Als sich mal Leute beschwert haben, dass sie ein bisschen Erholung brauchen, da soll er geschrien haben, Ich könnte auch auf meiner eigenen Insel Mai Tais mit nackten Supermodels trinken. Und das tue ich aber nicht. Ich bin hier bei euch und arbeite mir auch den Arsch ab. Ich will also nichts mehr drüber hören, wie hart es jeder hier hat in der Fabrik. Und so kann man es natürlich auch sehen. Er müsste das alles nicht mehr machen und er macht es aber trotzdem. Aber andererseits ist natürlich auch er derjenige, der damit dann Milliarden verdient und nicht unbedingt seine Mitarbeiter. Und er wehrt sich vehement gegen Gewerkschaften und gegen Betriebsräte. Und es gibt auch immer mehr Gerüchte über seinen angeblichen Drogenkonsum. Ganz neu jetzt ein Artikel im Wall Street Journal. Da geht es darum, dass Elon Musk angeblich Kokain konsumiert, Ecstasy, LSD, Ketamin, Pilze und so weiter. Das ist natürlich dementiert worden. Sein Anwalt hat zum Beispiel gesagt, dass er bei SpaceX und für die NASA schon viele Tests machen müssen hat. Und die hat er immer alle bestanden. Und die Fans von Elon Musk, die sagen natürlich ganz einfach, welche Drogen nimmst du? Die wollen wir auch haben. Und dass er Ketamin nimmt, das hat er auch schon zugegeben. Hat er angeblich verschrieben bekommen als Antidepressivum. Man kann also auch da sagen, naja, mein Gott, dann nimmt er halt Drogen. Er ist halt ein bunter Vogel. Aber das Wall Street Journal, das hat zum Beispiel auch Linda Johnson Rice zitiert. Die war ein paar Jahre lang jetzt im Tesla-Vorstand. Und die hat gesagt, sie hat da einfach nicht mehr weitermachen können. Wegen seinem schwierigen Verhalten und wegen seinem Drogenkonsum. Und da kann man sich schon fragen, muss man sich langsam um ihn Sorgen machen? Beziehungsweise wenn er so drauf ist, kriegt er dann in Zukunft auch noch die Top-Mitarbeiter. Und die braucht er ja für das, was er noch vorhat. Mit Robotik, mit künstlicher Intelligenz, mit autonomem Fahren und so weiter. Und da kommen wir noch an einen ganz heiklen Punkt jetzt. Elon Musk gehören von Tesla ja nur noch 13 Prozent. Er hat viele von seinen Aktien verkauft, weil er ja Twitter haben wollte. Warum, weiß keiner. Und jetzt kommt er aber plötzlich und sagt, ich will wieder 25 Prozent der Stimmrechte haben. Also nicht der Aktien, aber der Stimmrechte. Ich treibe hier unglaubliche Dinge voran, zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ich das bei Tesla einbringe, diese Arbeit. Und ich habe selber nur noch 13 Prozent Stimmrechte. Und das ist natürlich Erpressung. Und da sollten auch wirklich mal die Alarmglocken schrillen bei den Anlegern. Weil diese ganzen Tesla-Fans, die glauben ja alle, dass alles, an dem Elon Musk arbeitet gerade, und das ist ja einiges, dass das alles ihnen als Aktionäre von Tesla irgendwann mal zugutekommt. Warum sollten sie das auch nicht glauben? Nur jetzt ist das eben nicht mehr so sicher. Und wer weiß auch, ob er in Zukunft wirklich noch Bock hat auf blöde Elektroautos und sowas. Oder ob er nicht schon wieder in ganz anderen Sphären schwebt. So ein neues, großes KI-Projekt zum Beispiel. Das gibt es eben auch schon, nämlich XAI. Da geht es um einen neuen Chatbot, aber auch darum, endlich, wie er sagt, die wahre Natur des Universums zu verstehen. So wie in Per Anhalter durch die Galaxis. Das Buch, das er früher so geliebt hat als Jugendlicher. Und XAI, das wird wahrscheinlich dann eng verkoppelt mit Twitter. Das ist, was ja auch noch eine Riesenbaustelle ist. Aber ob Tesla da auch noch mitspielen darf auf Dauer, das weiß man nicht so genau. Und das kann schon ein Problem sein für Tesla. Mal ganz abgesehen davon, wenn man der Beste sein will beim autonomen Fahren. Und wenn man aber auch noch Twitter sanieren will. Und wenn man aber auch noch zum Mars fliegen will. Und wenn man den Menschen Chips ins Hirn pflanzen will. So wie bei Neuralink. Und wenn man aber auch die beste KI auch noch haben will. Und die wahre Natur des Universums ergründen will. Dann besteht schon eine reale Gefahr, dass man erstens größenwahnsinnig ist langsam. Und dass man sich zweitens aber auch mal ganz furchtbar verzetteln könnte. Es hat schon mal einen Autopionier gegeben, bei dem es auch so gegangen ist. Dem Gründer der Volkswagen Werke hier. Der hat auch gedacht, er kann alles und er schafft alles. Und er kommt mit allem durch. Aber irgendwann ist es eben doch mal ein bisschen viel geworden. Ich will jetzt aber den Vergleich heute nicht vertiefen. Man kann der Meinung sein, dass die Korrektur bei der Tesla Aktie jetzt wieder eine tolle Einstiegschance ist. Ich persönlich, ich habe jahrelang diese hohe Bewertung von Tesla kritisiert. Und ich habe dann aber trotzdem immer wieder feststellen müssen mit Staunen, was Tesla dann am Ende doch wieder geschafft hat und doch wieder erreicht hat. Und ohne Elon Musk, da wäre dieser Erfolg von Tesla und auch dieser ganze Kult um Tesla natürlich nicht denkbar gewesen. Aber genau darum ist er eben auch gleichzeitig auch das größte Risiko für die Aktionäre. Und die Tesla Aktie ist eben immer noch teuer. Das KGV für dieses Jahr geschätzt, das liegt jetzt bei 55. Es ist also immer noch sehr viel Positives für die Zukunft eingepreist. Und darum kann man nur sagen, nach wie vor, kaufen Sie die Aktie wirklich nur dann, wenn sie wirklich davon überzeugt ist, Elon Musk ist und bleibt der Beste. Er wird es auch in Zukunft allen zeigen. Er wird auch in Zukunft alles zehnmal besser machen als alle anderen. Dann ist die Aktie ein klarer Kauf, wenn sie sich jetzt mal wieder fangen sollte. Ansonsten ist es aber eben hauptsächlich eine relativ spekulative Aktie in einer schwierigen Zeit auch für Elektroautoaktien. Aber denken Sie trotzdem noch daran, dass Sie sich eintragen für meinen nächsten Gratis-Report für die Hauspost zu den Elektroautoaktien aus China auf www.heinrichs-hauspost.de. Und woran Sie auch denken sollten, dass Sie Ihre Kinder vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr frustrieren und schinden und demütigen. Tun Sie es für unseren Wirtschaftsstandort. Deutschland braucht wieder Psychopathen. Vielleicht nicht gleich so einen wie den, den ich vorhin hier genannt habe. Aber der eine oder andere Elon Musk, der würde uns vielleicht hier auch mal ganz gut tun. Und noch eine letzte Anmerkung. In Per Anhalter durch die Galaxis. Da ist die letzte ultimative Antwort auf alles 42. Nur leider ist die Frage vergessen worden. Da können wir nur hoffen, dass die Frage nicht war, wo steht in einem Jahr die Tesla-Aktie. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.